Best conditions for your success. Deine Ausbildung, deine Zukunft. Das Unternehmen Binder ist der weltweit größte Spezialist für Umweltsimulationsschränke. Wissenschaftliche und industrielle Labore nutzen die Schränke, um die Reaktion verschiedenster Produkte auf äußere Einflüsse zu testen. Ausgereifte Spitzentechnologien für Automotive und die Kunststoffindustrie. Zukunftsweisende Innovationen für die Textil- und kosmetische Industrie. Absolute Präzision für die Forst- und Holzwirtschaft sowie für Lebensmittel und Getränke. Egal welche Branche, die Simulationsschränke von Binder sind nicht wegzudenken. Binder betreut vor Ort in über 135 Ländern. Bei uns gehen zukunftsweisende Innovationen Hand in Hand. Mit Weitblick, Freude und Einsatzbereitschaft an die Entwicklung modernster Technologien. Wir fordern und fördern eigenverantwortliches Arbeiten. Nur wer gemeinsam an einem Strang zieht, kann über sich hinauswachsen und Produkte fertigen, die Qualität versprechen. Die Leidenschaft ist es, was den nachhaltigen Erfolg von Binder ausmacht. Binder, Ausbildung in coolem Klima. Binder, Ausbildung in new